Malachi Talek, das Tal in der Mitte der Welt. Dieses Buch befand sich ganz, 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 ganz weit unten in meinem Bücherstapel. Und ich bin so froh, dass ich mich bis dorthin vorgearbeitet habe, weil es ist das perfekte Buch für den Februar. Es spielt auf den Shetland-Inseln und stellen Sie sich vor, auf den Shetland-Inseln ist das ganze Jahr über das Wetter, wie so in Hamburg im Februar. Und wir befinden uns in einem klitzekleinen Weiler, wirklich in der Mitte von nichts, ausgesetzt dem rauen Klima und den Unbilden der Natur. Und wir treffen dort auf eine kleine Gemeinschaft von Menschen, die völlig unspektakulär sind. Zum Beispiel Mary und ihr Mann, gerade frisch verrentet. Die Kinder sind aus dem Haus, sie betreiben eine kleine Schafzucht. Sandy, der von seiner Freundin verlassen wurde und jetzt wartet, was das Leben bei ihm vorbeispült. Oder Alice, die ein Buch schreibt über die Flora und Fauna der Shetlands. Und das berückend, bezaubernd Schöne an diesem Buch ist, dass wirklich gar nichts weiter passiert. Das ist ein Buch, was den Alltag und die Gegenwart huldigt, weil wir begleiten diese Menschen bei sehr normalen Verrichtungen und Lebensfragen. Und nichts ist wichtig, außer dem, was heute ist. Die Gegenwart ist da und die Vergangenheit wirft keine Schatten mehr und die Zukunft macht keine Angst, sondern heute ist alles und jetzt. Und das fand ich ein so wunderbares und schönes und poetisches, stilles und kluges Buch in diesem aufgeregten Getöse der Welt, dass ich es Ihnen unbedingt ans Herz legen muss als absoluten Seelenschmeichler. Wenn Sie Elisabeth Stroud und Ihre wundervollen Romane mögen, dann ist das genau das Richtige für Sie.